hallo liebe alle heute wieder von der praxis für dich da draußen erinnerst du dich noch an die bälle schau mal das ist ein faszienball und den kannst du benutzen bei fußschmerzen beziehungsweise schon vorher das beruhigt auch unser nervensystem ist einfach angenehm da drüber zu rollern macht es am besten täglich macht es am besten mit jedem fuß immer so 15 bis 30 sekunden reicht schon erstmal wenn du dann sitzt kannst du es am büro machen um den einfach nutzen befragen melde dich gerne kommt vorbei macht termine aus faszienball stichwort was du unbedingt wissen solltest hier war die diana lutz deine zeit für dich im remsmoke lies in ober urbach und online namaste